wow schaut euch mal diesen chart an wie geil ist das dann ich meine hier waren wir bei auf dem loft bei 79 dollar und jetzt sind wir hier bei der volt disney aktie bin ich gerade bei der auf 100 192 193 waren wir heute schon wie geil ist das denn ich finde es so krass also da muss ich mal gleich sagen das abo habe ich schon mal die filme die dieses jahr herauskommen von volt disney die werden ja sozusagen per abo dann auch über die plattform veröffentlicht weil im fall dass die kinos geschlossen haben aber ich liebe diese filme das ist einfach so geil und jetzt fehlt mir nur noch irgendwie so ein kleiner ja so ein kleiner verdoppler werden nicht schlecht und die winde zahlen auch noch und ja das war schon cool so kurz vor der corona krise hier so bei 130 140 haben wir uns schon immer überlegt lohnt sich jetzt noch zu kaufen ja ich finde es immer geil ich finde es immer geil es gibt aktien die machen richtig spaß